Hallo, wir freuen uns sehr darüber, euch heute unseren neuen Stiftungs-Blog präsentieren zu können. Unsere Autorinnen und Autoren waren sehr fleißig in den letzten Wochen und Monaten. Wir haben viel recherchiert und geschrieben und jetzt geht es endlich los. Der Blog trägt den Titel 3 mal V. Verstehen, Vertrauen, Verändern. Das sind die drei Rubriken unseres Blogs und jeder Artikel wird thematisch in eine dieser Rubriken eingeordnet. Somit behält der Blog immer eine klare Struktur und wird vor allem auch den neuen Besucherinnen und Besuchern immer eine schnelle Übersicht über die Inhalte geben. Viele der Themen und Inhalte, die ihr jetzt gerade auf dem Blog findet, sind euch vielleicht schon bekannt. Als treue Unterstützerinnen und Unterstützer der letzten Jahre habt ihr selbst schon viel Wissen und Know-how aufgebaut. Aber es geht mit dem Blog eben vor allem auch darum, neue Menschen anzusprechen, die ganz konkrete Fragestellungen haben oder im Netz nach Dingen suchen und auf unserem Blog entsprechende Antworten finden. Unsere Blogartikel sind also in erster Linie objektive Ratgeber für hoffentlich viele Menschen, die neu auf unsere Seite kommen. Wir sprechen hier nicht werblich oder stellen die Stiftungsprojekte in den Vordergrund, sondern möchten eben ganz konkrete Antworten auf häufig gestellte Fragen geben. Der erste Kontaktpunkt ist also wichtig und ganz sicher werden wir so auch viele neue Menschen finden, die über den Blog hinaus auch Interesse an unserer Arbeit finden, auf unserer Homepage verweilen und somit langfristig Teil der Stiftungsfamilie werden. Darauf freuen wir uns sehr. Danke fürs Teilen und Mitmachen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim ersten Lesen, Stöbern und Lernen und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen.